Endlich geht die Schule wieder los, für die einen gut, für die anderen eher weniger, Freunde. Und wir sind heute auch in der Schule und machen Matheunterricht. Und zwar ist Broxo unser Lehrer. Es wird auf jeden Fall richtig wild und richtig lustig. Und ich muss ein bisschen meine Matheübungen auspacken, Freunde. Und ein bisschen Kopf rechnen. Alles gut, Freunde. Wenn es euch auf jeden Fall gefällt, dann gerne auf den Like und auf den Abon wartet. Und jetzt viel Spaß. Hey, Kaspar. Broxo, was geht ab? Ich bin dir fleißig am Rechnen. Und was willst du? Jetzt konnte ich das nicht ausrechnen, weil sie mich ablenken. Ja, ich hab dich abgelenkt, denn heute bin ich mal der Lehrer. Und ich bin ganz schön wütend, weil du hast einfach die Matheaufgabe nicht fertig gemacht. Sorry, sorry, aber... Und du kriegst jetzt hier ein bisschen... Blem, blem. Wie, was? Was ist? Bist du... Broxo, bist du okay? Hallo? Wo bist du denn? Du bist rausgelaufen, Broxo? Oh, hier sind ja sogar ein paar Schüler. Guck mal. Hä, Broxo, sag mal, wo bist du denn? Hallo. Hier, was ist das hier? Ich kann dir so ein Buch... Oh, hier, schuldigung. Ich rechne ja schon. 0 minus 4 ist 4. Ja, ja, ja. 1 minus 1 ist 0. Kannst du ruhig rechnen. Ich warte jetzt hier ganz... Ich checke jetzt einfach mal ganz kurz hier die Schule ab, Kasper. 6 minus 10 ist minus 4. Sehr gut. Ich hab's eingesammelt. Sehr gut. Äh, was? Ich lerne doch, ich lerne doch schon. Hier ist... Wann war's? Ich höre hier irgendwas? Ey, hier ist... Okay, pass auf, warte mal. Hier ist ein Schüler. Den schnapp ich mir. Hallo? Oh! Oh, Kasper! Nein! Geh da rein, geh da rein. Da ist einer drin. Oh, ist wo der drin? Im ersten Schrank. Hol ihn dir. Hab ich den? Nehm ihn dir. Ich glaube, du hast ihn. Ja, du hast ihn. Ja! Ey, hier kommt ein Streber. Oh nein. Ich brauche den. Kasper! Kasper! Oh nein, ich hab das hier nicht gesehen. Okay, pass auf. Verrate mir, wo die anderen sind. Okay. Verrate mir, wo die anderen sind. Du schweißt mir nichts zu tun, okay? Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Okay. Hier ist ein Buch, okay? Oh, Kasper, okay, ja. Die Wäsche. Hey. Da ist einer. Der versteckt sich. Ey! Oh! Der versteckt sich halt unter der Tür. Aha, aha, aha. Ja, ja, ja. Oh! Ich brauche die. Hey, sag mal, gehst du doch mal ab von mir, Mann. Da war die ganze Zeit ein Typ und du gehst trotzdem hinter mir her. Das war das. Kann ich nicht irgendwie sprinten oder sowas? Nein, du bist so schnell wie gesprungen. Du bist. Der rote. Was hör ich hier? Oh, hast du das etwa gerade die ganze Zeit? Nein, das ist ein Streber. Und der kommt hier auch gerade mit nach mir. Der jagt mich. Oh nein, da bist du schon einmal wieder. Da bin ich schon. Ey, oha, oha, ja. Jag ihn. Genau. Ey, er hat mich. Er hat mich berührt. Er sagt, ich soll lernen, okay? Ey, warte mal. Oh, ich hab hier einen. Hallo. Lör auf, weg raus. Komm, ich bin raus. Ihr ist versteckt, Freunde. Komm her, ich bin der Lehrer. Der war gerade ein schwebender Besen. Ey, warum bist du so schnell? Der ist voll schnell, Kasper. Ich komm gar nicht hinterher. Ja, dann musst du vielleicht ein bisschen schneller, dann musst du zum Sportunterricht. Der wurde in zweiter Haft gesteckt. Von dem Streber jetzt hier. Aha. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Hier ist noch ein Staubsauger. Alles gut. Alles gut. Freunde, ich hab falsch gerechnet. Ich muss noch einmal rechnen. Ja. Oh, was? Einer hab ich noch geholt. So, hier ist noch einer. Komm her. Okay. Komm her. So, jetzt noch mal rechnen hier. Also, ich rechne auch schon. 9 plus 9 ist 18. Oh mein Gott. Der wird gerade so geholt, Kasper. Der wird gerade so geholt. Okay. Der muss das Seil springen. Der muss das Seil springen. Wie? Der ist schon wieder falsch. 9 plus 9 ist noch 18. Hab ich das falsch eingegeben, oder was? Oh, ja. Guck mal, der muss das Seil springen. Und jetzt ab mit dir in die Zelle. Oh, sag mal. Also, findest du nur ein bisschen strenger, Lehrer? Ja, ich bin sehr, sehr streng. Ich hab ja so ein Häuschteil, mit dem ich den auf die Finger hauen kann. Du schlägst doch nicht etwa die Kinder, oder was? Ah. So, jetzt hier. 1 plus 9 ist 10. 5 plus 7 ist 12. Ah. Ich hab ihn fast geholt. Also, dieser Belkenkopf da vorne. Den will ich mir noch holen, Kasper. Der spielt nämlich mit meinen Gefühlen. Schon wieder falsch. Schon wieder falsch. Ach, nee. 8 minus 1 ist doch minus 7, oder bin ich blöd? Ah. Ach, Mann. Ich hab ihn fast geholt, ey. Ich will raus hier. Ich will raus. Oh, der Streber kommt schon wieder. Der Streber. Mann. Der Streber jagt mich die ganze Zeit. Hey. Jetzt. Okay, okay, okay. Warte mal, wo bist du jetzt, Kasper? Jo, es waren einige. Ah. Lauf doch zurück in die andere Richtung, Brody. Streber, auf Sie. Komm, komm. Auf Sie, Streber. Schnell, schnell. Okay, okay, okay. Lauf da lang, also. Ihr lauft da lang. Das werde ich mir jetzt merken. Keine Sorge. Okay, nach zu. Du Blödsinn. Der ist hier drin, der Streber. Ja, ja. 2 plus 7. 9. Mann, der hat mich schon wieder gekriegt, ne? So, ist jemand drin? 9. Ja. Notizbuch gesammelt. Sehr schön. Okay, das habe ich noch weiter. Ich konnte das... Hallo. Mit deinen kleinen Schielaugen. Hey. Aua. Ja. Nein. Ach, Mann. Ja, warum, Mann? Was für Schielaugen, gell? Was für Schielaugen. Ey, hier ist schon ein anderer. Sag mal, was ist das hier für ein Verlies? Ja? Ich will hier raus. Hey, warum ist da eines freigekommen? Einfach. Warum auch immer. Ich werde hier auch freigelassen, glaube ich. Ich muss 2 Minuten, bin ich hier gefangen jetzt im Kerker. 4, 3, 2, 1 und ich bin wieder frei. Was? Ja. Unglaublich, Alter. Alles gut. Okay, warte mal. Aber wo bin ich denn hier? Ich bin in einer anderen Etage, glaube ich. Ja. Ja, ich muss schnell hin. Er muss Seilspringen. Er muss Seilspringen. Oh nein. Dann bist du bei mir in der Nähe. Ich habe nämlich eben Seilspringen gesehen. Doch, Mann. Ja, ich habe ihn in die Schule gesteckt. Endlich, der doofe Bacon-Kopf, ey. Nein. Okay. Oh, Kaspar. Hey, dahin, da bist du. Da bist du. Kaspar. Nein. Ja, 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 ja. Ja. Guck mal, was ich gemacht habe. Komm doch. Ja, komm doch her. Ich habe nämlich hier ein Vorengelschloss vorgehängt. Was? Du kannst hier nichts machen. Ja, mach doch. Was? Mach doch. Ich habe dein Schloss hingehängt. Tschüss. Was? Tschüss, Maximo. Oha, Alter. Oha, was? Habe ich gerade gefunden, ja. Hey, jetzt muss ich voll einen riesigen Umweg gehen. Vor allem muss ich jetzt noch 5 Notizbücher finden. Und dann habe ich, hat es nichts ausgegangen. Hier ist direkt eins. Let's go. Let's go. Okay, ich rechne. Okay, ich habe zwei Leute, die mir auf jeden Fall helfen. Die gehen auf jeden Fall ganz gut. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Du denkst, du kannst mich ja so austricksen, ja? Ja. Du denkst also, du kannst mich austricksen. Ja, kein Problem. Ich kann dich garantieren austricksen, mein Lieber. Zeit vorbei, sagt er. Genau. Ich bin immer nicht schnell genug beim Rechnen, sag mal. Sag mal. Sag mal. Also. Ey, sag mal. Jetzt ist hier der Springseiltyp unterstrebar. Was? Kaspar, ich hole dich. Nein. Bist du schon bereit, geholt zu werden? Nein. Der Springseiltyp ist schneller als ich. Ja. Was ist denn das für einer? Pass auf, warte. Ich habe es gleich. Nein. 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 Jetzt muss ich hier springen bei dem. Ja. Das muss ich nur noch finden. Das muss ich nur noch finden, Kaspar. Wie geht das? Hochspringen? Ich höre hier Geräusche. Ich höre hier Geräusche. Nein. Nein, ich habe es nicht geschafft. Bist du hier drin? Nochmal, los, mach doch jetzt. Hä? Wo bist du denn? Hä? Hä? Und? Letzter Sprung gewesen? Nein, das kann doch nicht abgehen. Hau ab jetzt hier. Wo bist du denn hinten? Okay, ich habe es, ich habe es. Okay, hier kann ich wieder rechnen, Freunde. Nehme ich mal mit hier. Vier plus zwei ist sechs. Sieben plus fünf ist zwölf. Drei plus neun ist zwölf. Ich habe es eingesammelt. Sehr gut. Okay, jetzt nur noch vier Notizbücher. Aha. Oha, ich bin ein bisschen schneller. Was ist? Ist was? Ah, nein. Ich dachte, du hast mich nicht gesehen. Ich dachte, du hast mich nicht gesehen. Ach, Kaspar. Mathe macht doch so viel Spaß. Ich bin noch dabei zu rechnen. Und jetzt kommt unsere kleine Bursche. Hau ab. Hau ab. Hau ab, ey. So, stabilier. Hä? Ja. Ha, ha, ha. Nein. Oh, nein. 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 Oh, bitte lassen wir ihn in den Kerker. Musst du etwa seitspringen? Ich war artig. Oh. Ich rechne ganz gut. Oh. Ich rechne ganz gut. Ja. Die Schüler sind nämlich nicht entkommelt. Du bist der blödeste Mathelehrer der Welt. Ja. Das soll es mit der heutigen Folge gewesen sein. Freunde, hat auf jeden Fall wieder ultra Bock gemacht. Und ich muss sagen, auch wenn ich nicht der schnellste im Kopf rechnen bin, vielleicht bin ich das ja beim nächsten Mal. Also, Freunde, ich würde sagen, checkt noch gerne eins von den anderen beiden Videos aus. Lasst ein Like und ein Abo da unten in den Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video. Habt einen schönen Tag. Bis dahin und ciao, ciao.